Jo Freunde, herzlich willkommen zu GTA 5. Ich wollte jetzt mal gucken, ich werde jetzt einfach mal online starten und mal gucken ob sie da quasi fortgehalten haben, dass es da, wenn man sich da zu einer bestimmten Zeit eingeloggt hat, dass es da Moneten gab. Einfach mal so, ich glaube um 250.000 Dollar handelt es sich da, also diese Spiel-Dollar hier. Gucken wir mal, melde ich mich doch mal online, ob wir das kriegen. Rabatte in GTA Online. Dann lass mal was sehen. So und dieselbe Engine wie bei Max Payne eigentlich, ne? Das ist ja die Rage Engine. Tja, online wird geladen. Warum dauert das so erbärmlich lange? Ich habe Probleme zu connecten gerade irgendwie oder was ist da los? Mal gucken, ich habe es jetzt gekillt mit Alte 4, habe jetzt Story-Modus kurz geladen und jetzt mit Alt kann man ja auch seinen Online-Account da quasi anwählen. Dann machen wir mal, gucken wir mal, ob das jetzt geht, ja. Ich glaube, er kürzt sich auch schon wieder ein Update und, ja, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie klemmt da. Ne, der Server ist einfach down, keine Ahnung. Internet läuft eigentlich. Schauen wir mal. Ich stoppe jetzt hier auch nochmal einfach nochmal und wenn er dann vielleicht endlich mal an Land gekommen ist, dann starte ich einfach wieder die Aufnahme. Hm, GTA Online wird betreten. Wollen wir mal gespannt sein. Ich glaube, eigentlich war ich ziemlich blank. Ich habe da jetzt auch noch nicht so viel gemacht im GTA Online, weil, ja. Fand ich die Story halt definitiv auch viel interessanter, das zu spielen. Das ist halt GTA, ne. Eigentlich immer gute Spiele gewesen. So als Singleplayer. Aha, jetzt tut sich hier immer was. Habt ihr noch eine neue Garage da? Nee. Gehen wir mal raus und schauen mal. Jo, das ist cool. Hat das geklappt. 250.000. Läuft. Das ist ja nett. Guck mal, wie sieht's denn aus, ja. Olga ist es nicht online, zum Beispiel. Na ja, gut. Tja, was kann man denn mit der Cola anstellen? Gute Frage, nächste Frage. Hütten kaufen, ne? Geld verdient. Kann ich den Schalldämpfer doch runternehmen eigentlich? Oh Gott, das Menü, das ist... Passenauswahl. Das ist ja schlimm, ja. Keine Ahnung, wonach ich da gucken soll. Abfeiern. Waffenmodifikation umschalten mit Ehe. Das könnte ja was sein. Aber anscheinend nicht. Naja. Organisieren wir uns mal einen Wagen und cruisen ein wenig, was? Wenn ihr den Schalldämpfer doch an... ... ... ... ... ... ... ... Alleine Schießt gleich auf mich obwohl ich nur einen wagen geklaut habe Ja, das ist eine schlechte idee. Das war's für mich weiter auch wenn ich mir die Karte anzeigen lasse, ne? Ich habe den roten Wagen da mal verfolgen auf der Karte. Ja, kann man sich ja mal angucken, ne? Schauen wir mal was hier los ist. 250.000 Dollar mal eben so bekommen hat jedenfalls funktioniert, das ist ja nett. Das nehmen wir mit. Ah, die Polizei verfolgt hier wen, okay. Jao Ladies Jao hier verfolgt die agabalder schauen wir mal was passiert was habe ich denn da erledigt? kann man ja mal machen jetzt kann ich in den wagen einsteigen ne? nur als beifahrer lustigerweise wir gucken ein anderes hier irgendwo ups respawn hm gut das ist das kreuzige ww 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 Gucken wir mal ob wir einfach da nochmal hinkommen Warum geht der da einfach dran? Wir werden es in einem ex-governmenten Facilitäts unter über 100 Euro 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 ist größer als irgendein Bank-Job, den wir jemals holen können Ach, die sind da irgendwie unterwegs Tja, komm ich da mal runter verbauen Gucken wir uns das mal an, warum Verfahren hier, anscheinend Nehme ich mal an Aber jetzt sind sie ganz weg von der Karte, ne? Ja Gut, hat sich das so gesehen auch erledigt Hm, okay, das bringt mir nix Oder? Da ist doch schon wieder was Jemand auf der Karte Nicht weit weg da mit dem X Einfach nur ausgestiegen, ja? Ja 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 haha passiv nur was mit tab ein paar mal gedrückt hat dich geschreddert, ja, läuft jetzt hab ich keine Wumme mehr, keine ahnung was das soll aber gut, das soll es dann eigentlich auch gewesen sein ich gucke hier mal nach einer Garage wo ich speichern kann eventuell die dort, ne? ach ja, jetzt hab ich die Bullen wieder am Hals ja genau, schießt mal direkt auf mich gar nicht übertrieben ja, so werde ich mein Verhandlungslevel nicht los hm schaun wir mal ob das klappt sieht eigentlich gerade ganz gut aus ne? shit dann versuchen wir es doch einfach mal hier donit hm 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 ja hm ja hm so hat geklappt du kannst ja jetzt speichern eigentlich nicht so wie sind das sich jetzt dann läuft da rein oder keine ahnung lassen wir es hier enden bis bald haut da rein